ja wir haben einen schönen weekly rückenblick für euch und dementsprechend muss jetzt erst bereich leider auch was machen ja unsere woche war super wir sind die 2 abgestiegen gut die erwartung war jetzt auch nicht so hoch mit drei leuten die mehr oder weniger inaktiv waren sind game gezwitscht haben dennoch bitter hält uns aber nicht zurück nächstes season normal anzugreifen rand und ich werden das schon was schönes auf die beine stellen und ja dass das war es von uns wir sind division 2 jay moin moin ich bin ksx aus dem wämmers exige bereich bei weisen unser playday 12 ging sehr gut los gegen den ersten ec frankfurt mit game war auch sehr in ordnung und zum ende hin und gerade in der oberteil wurde frankfurt deutlich stärker und dadurch haben wir auch einen 8 6 verloren in der oberteil dennoch liegt jetzt der fokus natürlich auf die nächste woche gegen evo ist dort drei punkte zu holen auch wenn wir mit einem sub spielen müssen aber wir als team geben das beste spaß meine leute reisens alles hier und ich gebe euch einen kleinen rückblick auf unser veteran team diese woche wir haben uns leider gottes über die zwei qualifier nicht für das a1 event qualifizieren können und auch beim rush gg cup mussten wir uns gegen cjn youngsters geschlagen geben die jungs sind trotzdem weiter motiviert an sich zu arbeiten jetzt heute mit der offiziellen ankündigung von hydro denke ich mal gibt es auch noch mal einen guten boost für die nächsten wochen wir freuen uns tierisch aufs arcadia ich bin auch vor ort und ich bin gespannt auf die nächsten wochen wir arbeiten weiter an uns dass es gut weiterläuft moin moin ich bin andrea und einer der teammanager vom reisen vorne bereich was stand letzte woche bei uns an also bei uns gab es bereits zwei qualifier der fordner champion series im ersten qualifier haben sich vier spieler für die runde 3 qualifizieren können weiter ging es für die aber nicht im zweiten qualifier das samstag sowie sonntag stattfand qualifizierten sich ebenfalls vier spieler für runde 3 und rifty qualifizierte sich dabei sogar für die qualifikationsfinals in runde 4 hat er den siebten platz erreicht und ist damit unglücklich knapp an einer direkten qualifikation für das grand final vorbeigeschraubt immerhin konnte rifty sich bereits einen platz im halbfinale sichern ja das war's mit ryzen fortnight